Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nier Replicant und zwar als Kaine. Wow, das ist nicht richtig cool jetzt. Wir haben es irgendwie geschafft, doch das zu triggern, was wir triggern wollten und zwar dieser Alternativweg. Alles was wir vorher gemacht haben, war ein Traum irgendwie von Kaine und sie ist jetzt erwacht. Sie hat auch nur noch ein Schwert, weil ihr Schwert ist beim Kampf ja kaputt gegangen mit uns. Oh. Also bewegen tut sie sich schon richtig cool. Alter, wie geil ist das denn? Okay, das ist blocken. Ein neuer Spielstand wurde freigeschaltet. Deine Spieldaten bis zu diesem Zeitpunkt werden vorübergehend nicht nutzbar sein. What? Wie cool ist das denn? Wirbelnder Hashtag Sternchen Kaufmännisches und Prozentzeichen Ausrufezeichen Hieb Cool Halt mir bei Alter Okay Halt mir bei Obwohl sie nur noch ein Schwert hat Als ich heute auf sollte alles reden, ich muss wohl einen wirklich traurigen Traum gehabt haben. Vielleicht sollte ich mit Kaine darüber reden, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Können wir jetzt eigentlich wieder Nein, Kaine kann damit nicht reiten. Come here, you annoying little bastards. You crush every last one of me. Feels like there's a lot of shades around lately. Maybe I should check in on Yona's village. Ich versuche mich so ein bisschen noch in ihr Moveset hinein zu fuchsen, also ich mach gleich weiter. Alter Falter. Okay, da hinten ist das so ein großer Shadow, den mach ich auch gut. Oh, da ist jemand, der braucht Hilfe. Ich komme! Hey, geh zurück! Es ist gefährlich hier! Ich denke, das ist meine Linie, buddy. Danke für die save. Die Schäden sind auf der Bühne. Jetzt geh nach Hause. Oh, glaube ich, ich will. Ich habe eine Arbeit, um zu beschäftigen. Wir haben nicht in Kontakt mit jemandem in der Forst des Myths. Niemand muss nach vorne gehen und sicher sein, dass sie gut sind. Und das jemand ist du? Du wirst es zehn Meter bevor ein Schäden schlägt deinen Schein. Ich gehe. Was? Wirklich? Oh, Mann. Danke, ein Millionen. Oh, warte. Du solltest diese nehmen. Ich gehe mit dir rundherum. Und danke wieder. So, wo war dieser? Da ist der Große. Den will ich umbringen. Der gehört mir. Jetzt schon ein echt cooles Moveset, das muss man echt lassen. Ah, jetzt konnte ich die ganzen Quests ja gar nicht machen. Aber vielleicht erinnert sie sich ja dann an den richtigen Nie... Oh, das wäre cool. Wer sich irgendwie unser altes Save wiederherstellen lassen könnte. Oh. Oh. Das wäre ja richtig krass. Da wären ja meine 50 Stunden gar nicht umsonst gewesen. Warum muss sie wie so Naruto rennen eigentlich? Oh. Oh. Anybody home? Nope. Oh, die sind alle tot. Der Dorfwild saß aber auch immer hier. Was ist das? Was sind das für Viecher? Irgendwie Maschinen aber auch nicht. Was ist das für mich? Komm schon, mehr? Sie werden einfach weiter kommen. Okay. Hm, dann sollten wir vielleicht mal untersuchen. Warum wohl Roboter aus so einem Ort herauskommen. Also wir können keine steuern, aber den alten hier dürfen wir nicht haben? Wie gemein ist das denn? Gute Frage. Oh. Oh. ...und ein Punishment. The hell? You are a Replicate. A Manufactured Existence. Individual name, Kaide. Who are you? Show yourselves! Remain calm. Do not be hasty. Soon we shall meet. Creepy little Freaks. Okay, springen wir mal runter. Da ist ein Roboter. Das klingt wie der Bunker aus... ... ähm... ... ähm... ...Nier Automata. Oder? Mit Kaide macht das richtig... ...spann, ey. Okay. 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 Der Baum hier zeichnet alles auf. Klar. Also auch... ... meinen Spielcharakter. Oh, das wäre so abgefahren. Das wäre so mega. Okay. Das wäre so mega. Okay, da kann... Die kann ich nicht töten. ... Nee. Nee. Okay. Also eigentlich wollte ich ja weiter mit Mass Effect machen. Aber nein. Ich mache hier weiter. Gibt es dann zwei Versionen von uns? Weil einmal Nier und einmal Barry? Ey, das sieht voll aus wie ein Automata. Erstmal alles einsammeln, was man so brauchen könnte. So. Perfekt. Nein, S. und... ...to be? Ah, wie schön, dass du uns mit uns befreit hast. Das war klar. Das war klar. Ach da oben sitzen die ja. Ok, hau wa kai ni. Du bist faszinierend. Du bist wirklich faszinierend. Du bist wirklich, wie wir es erwartet hatten. Hier entlang. Hmm. Das ist irgendwie cool. Vor allem die, 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 die Anführerin aus Nier Automata sieht doch eigentlich keine sehr ähnlich, oder nicht? Das habe ich mir schon letztes Mal überlegt gehabt. These other Miis are brittle as hell. I ought to be insulted. It matters not how many copies you destroy. They will simply disperse and immediately reconstruct themselves. There is still much fun to be had. We have finally come to an end. God damn, you're annoying. I want to tear these freaks apart, eat the pieces and shit them into a trash can. Fucking hell. Have you reached the end? Have you reached your limit? Damn it. I am fortunate. I am fortunate. Emil. Er ist wieder da. Warum? You betcha. Anyhow. Hey-ya! It's good to see you safe. Oh. Yeah. I sense tremendous power in that magic circle. I think it's acting as an energy source. If we can destroy it, all the other kinés should disappear too. Got it. I'll take care of the magic circle. You focus on kicking some kiné butt. Uh, I mean, the other kinés butts. Not your kiné butt. You, the real kiné. Yeah, I get it, Emil. Just focus. Number seven. A magical weapon forged by humans. A pain for absorb the power of number six and transcended humanity. Um, who is that? What are those voices? Just a couple of little fucks. Gosh, it feels like it's been forever since we've fought together. This seems familiar. I think there was someone else who used to fight with us. My memories are... Usually phenomenal fluctuation observed. Singularity signature detected in Replicate County. Fascinating. Terribly fascinating. Ah! 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 So, aber langsam soll's ja jetzt schon... Ah, endlich. Kine, I did it! Hatte Emil schon immer vier Arme? Das sieht... Das sieht aus wie diese wirklich Konstruktionsstadt von... Ottermatter. Beyond here lies that, which was lost. The final hope for you to reclaim. Okay. Was ist da? Ich wünschte, ich könnte jeden Tag einen Brief von Keine bekommen. Ob es ihr wohl Sorgen bereiten würde, das zu wissen? Okay, ich bin super verwirrt und ich bin super aufgeregt. Wow! Was ist das Ort? Das sieht... Es gibt nicht mehr so, was wir jetzt mal wieder zu tun haben. In diesem Moment gibt es so viele Schaden. Okay. Was ist das? Das ist das Problem. Wie warst du bei mir? Was ist das? Und wo hast du schon? Und warum hast du vier Arme? Okay, hier ist nichts, was ich entdecken kann. Ah, das sieht aus jetzt wie der Weg zum Shadowlord mit den Tauben hier. Da drüben. Danke. Hier so rüber. Nein. Boah. Wieso mache ich es immer irgendwie so komplizieren? Hier vorne links ist nichts, da auch nicht. Also ist das der normale Weg. Dann gehen wir doch den normalen Weg mal. Ja, hier war das mit der Tränke. Kann ich da oben noch hin? Weil da war ich jetzt. Komm ich da hoch? Ich guck mal, bevor ich etwas verpasse, läuft der... Ah, da sind ja auch noch Kisten. Okay. Klar komme ich da hoch, oder? Ja, und dann... Also da hoch nicht. Ne, so hoch kann sie nicht springen. Aber hier... Bringt mir aber auch nichts. So, wenn ich hier rüberspringe... Darunter... Auch nichts. Ne. Oh, da hinten ist noch was. Also da hoch komme ich nicht. Ich dachte es, ehrlich gesagt. Weil es sah so aus wie so... Tap, 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 tap. Aber... Nicht schlimm. So. Schauen wir mal, was sich hinter dem Tor verbirgt, oder? Da ist noch eine Kiste. Also wir können uns ja schon denken, was sich dahinter verbirgt. Oh, das sieht echt abgefahren geil aus. Okay, Emil hat jetzt vier Arme... Und ist wieder da, und hat einen Körper. Aber dafür gibt es keine Erklärung. Oh, das sieht echt aus. Das sieht aber jetzt wirklich aus wie ein Automata. Das soll ja auch die beiden Teile miteinander irgendwie verbinden. Das ist ein sehr speziell Ort. Für dich und für die Welt. Oh. Das ist die große Szene von dieser Forest. In welcher eine große Werteilung von Informationen ist stammt. Insofern ist das alles, was diese Welt ist. Including die memories you lost. Okay Okay, standing okay ich bin so aufgeregt irgendwie was wieso sie okay hell is this Sweet memories from deep within. Her memories that were sealed away. Shades? Shades. Human souls that have gone gestorben. These shades are that daily reproduced in your records. I am truly human to survive on your journey. You are a foreign entity in this world. An error created by a dispensary between memory and gravity. I have not understood a single fucking thing you shitty little ass-grabbers have said since we started this goddamn adventure! Okay. I have not heard of this game again. No, I mean I will take the shell of you. I have not heard of me because of the secret. I have not heard of this game, but I will take it to the secret. Okay, bevor es jetzt hier aber mit diesem Black Cube weitergeht, würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause in dieser Datenwelt, in der wir uns gerade befinden. Ich bin mega gehypt. Ich finde das so krass gerade. Ich finde das so geil. Und wenn sich dann auch natürlich auch irgendwie es wiederherstellen ist, weil so klingt es gerade, als ob wir die verlorenen Daten wiederherstellen können. Und hier sieht es echt aus wie in, ähm, na, in New Automata. Bin mal gespannt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Ich hoffe, euch hat es gefallen, genauso wie mir. Und ihr seid genauso gehypt wie ich. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Daumen hoch, kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Tschüss.